Moin moin, gestern war das große Finale von Promi BB und sofort sind harte Anschuldigungen aufgekommen auf Social Media. Viele von euch sind empört, was ich auch sehr gut verstehen kann, denn es geht darum, ob eventuell bei der Platzierung der Finalisten etwas gefuscht wurde. Ich sage euch schon mal vorab, viele haben etwas dazu gepostet und das Thema wird heiß auf Social Media diskutiert. Ich glaube, dass der allererste, der etwas offiziell oder nicht offiziell, aber öffentlich dazu gesagt hat, Danny Liedtke war. Deswegen werden wir uns das Statement von ihm anschauen, denn er hat es auch ganz gut zusammengefasst, was wann passiert ist und was überhaupt das Problem an der ganzen Sache war. Falls ihr euch fragt, wer Danny Liedtke ist, keine Sorge, ich blende gleich auch ein Bild von ihm ein. Und mir fällt gerade auf, dass ich heute irgendwie aussehe, als wäre ich so im 90er Jahre Hip-Hop-Video entsprungen, oder? Ja, das war gar nicht geplant, aber irgendwie finde ich mich heute total cool. So, ne? West Coast. Entschuldigung, zurück zum Thema. Hier an der Seite seht ihr schon die ganze Zeit einen Artikel der Seite Promiwood. Was ist Promiwood? Das ist so eine Art Promi-Flash, aber in kleiner. Lässt es sich, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Zusammenfassend, auf Insta ist Promiwood sehr aktiv, schreibt auch Artikel im Online-Portal und berichtet, so ähnlich wie Promi-Flash eben über, ja wie gesagt, Promis, ne? Und auch sehr, sehr viel über Trash-TV im Speziellen. Promiwood ist allerdings zur Zeit jedenfalls noch deutlich kleiner als Promi-Flash, hat auf Insta aktuell um die 38.000 Follower und hat gestern auch darüber berichtet, wie die Platzierungen bei Promi-BB in der Live-Show im Endeffekt ausgegangen sind. Das Problem an der ganzen Sache ist allerdings, dass Promiwood auf ihrer Insta-Seite schon vorab verkündet hat, wer auf welchem Platz gelandet ist, bevor überhaupt die Entscheidung im Live-TV gefallen ist. Das gibt nun Grund für Spekulationen und Verschwörungstheorien, denn die Frage ist, woher wusste Promiwood, wer auf welchem Platz landet, warum konnten die das teilweise über 10 Minuten früher posten, bevor überhaupt die Entscheidung im TV verkündet wurde, was ja live war. Dementsprechend kam oft die Frage auf, ob die Zuschauer eventuell verarscht werden und den Zuschauern Geld aus der Tasche gezogen wird, obwohl die Produktion im Vorfeld bereits festlegt, wer auf welchem Platz landen wird. Ich sage euch schon mal vorab, ich persönlich glaube, dass in einigen TV-Shows nicht alles mit rechten Dingen zugeht, wie zum Beispiel bei Jeremy's Next Topmodel oder auch bei Aito. Aber hier glaube ich persönlich, dass das einen anderen Grund hat, den werde ich dann aber erklären, sobald wir uns die Storys von Danny im Ganzen angeschaut haben. Dazu muss man nämlich wissen und verstehen, wie Zeitungen so im Generellen arbeiten, aber wie gesagt, bevor ich euch eben meine Theorie darlege und denke, was, äh, oder ich mitteile, was ich denke, was hier passiert ist, schauen wir uns jetzt erstmal die Storys von Danny an, denn dann wisst ihr auch ganz genau, wo das Problem liegt und was wann passiert ist. Also das muss man mir jetzt mal erklären, ich war ja selbst bei Promi Brother und gucke natürlich heute das Finale und da ist gerade Paulina rausgeflogen, sie ist vierter Platz geworden und jetzt habe ich mal eine Frage. Vor circa sechs Minuten wurde es erst gepostet, dass sie Platz vier ist und diese Entscheidung ist auch erst so ungefähr vor sieben bis acht Minuten gefallen. Und Promi Wood hat das aber schon wirklich so vor 21 Minuten schon vorher gewusst, also bevor, bevor die Entscheidung klar war, steht hier, damit hätte wohl keiner da, Platz vier. Guck mal, hier, vierte, ein Artikel, vor 21 Minuten, rausgehauen und dann kam erst die Entscheidung. Also wer verarscht hier gerade wen und das wäre mal interessant, wenn das mal bitte einer auflösen kann, weil das ist, das verstehe ich nicht. Also man ruft doch hier an, wie können die das schon vorher wissen, wenn es live erst, äh, äh, verkündet wird, wie können die das vorher wissen? Also das ist jetzt wirklich, Promi Wood, das wäre mal interessant, wenn ihr noch mal was dazu sagt, ja, da. Also Promi Wood, wirklich, da müsste echt mal ein bisschen besser sein. Vielleicht wollten die einfach die Artikel schon vorher rausmachen, damit die die Ersten sind, die das verkünden, wegen den Klickzahlen, aber dann wissen die es ja schon vorher, das ist ja Quatsch. Dann haben die die Nachricht ja schon vorher erfahren, bevor die Entscheidung gefallen ist, das ist echt unprofessent. Keine Ahnung, hier steht ja auch, das ist ja komisch, also ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht kann es ja auch wirklich einer erklären, aus der Redaktion oder der Praktikant hat verkackt. Also Leute, das ist crazy, das ist wirklich crazy. Leute geben dafür Geld aus, dass sie anrufen, nur mal so, by the way. Also jetzt war es richtig wild. Auf der Promi Big Brother Seite ist noch nichts zu sehen. Und hier wurde wohl gerade gepostet, dass Peter Dritter wird. Steht ihr da, wie kann das sein, dass ihr gerade gepostet habt? Alles Fake, sorry, ich habe hier Schluckauf nebenbei. Und, ähm, ja, wir, 22, 32, wir kontrollieren das gleich, wenn Peter gleich Dritter wird. Und dann ist es wild, weil die hatten es wohl gerade schon gepostet, irgendein Praktikant oder so. Hier vor aufregend ist ein Schluckauf und der hat es auch wieder rausgenommen. Wir werden gleich sehen, ob Peter Dritter wird, weil hier wurde es gerade gepostet, schon auf Promi Wood. Hier, hier, guckt es euch an, guckt es euch an, live, live, live. Der hat es noch nicht verkündet, guck. Peter, verlasse den Container, lass dich feiern. Hier, das war gerade schon live. Das war live als live, Digga, der war noch nicht mehr verkündet, das ist live. Das war schon die ganze Zeit jetzt gerade gewesen, bevor er, ich habe es euch gesagt. So, Promi Brother ist vorbei, für meinen Geschmack dieses Jahr sehr kurz gewesen, zwei Wochen. In der Staffel, wo ich war, da waren es drei Wochen gewesen. Und für mich war es halt einfach immer so ein Kindheitsding gewesen. Ich habe immer gerne Big Brother geguckt damals. Und auch das neue, normale Big Brother, was nächstes Jahr kommt, würde ich mich freuen, auf jeden Fall. Und ich bin ja auch im Finale gewesen und ich weiß, was es heißt, so dieses Herzschlag und alles drum und dran. Aber dieses Jahr war irgendwie so, es kam mir so vor, als ob diese Staffel während der Pandemie gedreht wurde. Ich habe keinen Zuschauer gesehen, die waren nirgendwo. Das war jetzt wirklich, da stand auch keiner draußen oder so. Auch nicht so Familienangehörige oder sonst was, wie man es sonst immer gesehen hat. Die einen empfangen, wurde auch nicht gemacht. Dann wurde die Siegerin begrüßt und alles irgendwie im Rahmen nur halt von den Leuten, die halt da waren. Aber irgendwie war das alles so, als wäre man von außen wird abgekapselt. Als wäre es, wie gesagt, so 2020 und wir hätten alle Lockdown. So kam mir das vor, irgendwie die Staffel. Ja, und was ich krass fand, das ist halt wirklich kein, also es gab keinen reichen Bereich oder so, es ist keine Trennung. Und auch zwölf Bewohner waren es nur, ne. In meiner Staffel, wo ich war, waren es glaube ich 17. Dann unterschiedliche Bereiche, drei Wochen und so. Und dann hast du auch immer Abwechslung gehabt. Da haben sich die Leute mal fresh gemacht, mal was getrunken. Zuschauer waren da, Live-Shows waren da. Also alles irgendwie ganz anders. Also ich habe keine Ahnung, was darauf Wert gelegt wurde. Und ich, das müsste die Produktion ja selbst wissen. Aber ja, ich habe das auch mal gefeiert mit den Livestreams. Ich habe fast jeden Tag mal reingeschaltet bei Big Brother, nicht komplett immer so. Habe auf jeden Fall die meisten Sachen mitbekommen. Und ja, ich glaube für jeden, der da ankam erst mal, wenn du gesagt hast, wie zum Beispiel, ja, du hast ja gar keine Action so. Big Brother ist, der Sinn von Big Brother ist dahinter, dass die Leute einfach ihre Masken fallen lassen und einfach sie selbst sind. Und ich fande, ich bin ehrlich, von den meisten Frauen auch drin, ungeschminkt sahen die viel hübscher aus, als jetzt zum Beispiel im Finale, wo sie sich aufgetackelt haben. Das muss ich echt sagen, das fand ich krass. Weißt du, es ist so schön zu sehen, wie die Menschen. Das ist das Schöne an diesen Formaten. Darum wollte ich auch unbedingt dieses Format machen. Das ist für mich ein besonderes Format, weil irgendwann halt einfach dieses Familiäre entsteht, auch mit den Streiten und so halt dann mit den ganzen Challenges und sowas, dass man halt einfach auch wenig Essen hat, was man mit der Psyche macht, was man für Gedanken macht, welche Klarheit man bekommt zum Beispiel in diesem Promi Big Brother Haus. Ich hätte auch das normale Big Brother gern gemacht, über drei Monate. Das ist auch nochmal eine Challenge halt einfach. Das kommt ja wieder, ne, nächstes Jahr. Aber krass, Alter. Also deswegen, jeder, der da drin war, ich respektiere das und ich bin dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte, weil ich es immer mal machen wollte, dass ich auch ein Teil davon war und dann drittplatzierter sogar wurde in 2021. Und das ist eine Erfahrung, die vergisst man nicht. Und das macht mit einem was, zu 100%. Ich habe mich danach auch jedenfalls safe, auch ganz anders. Also du denkst um, finde ich, finde ich, wenn du diese Herausforderung Big Brother wirklich annimmst. Ja, und vielleicht sollte sich Promi Wood mal einen neuen Praktikantenrand holen. Also keine Ahnung, was das war, aber die wussten schon immer 20 Minuten vorher die Sieger. Wie ich es heute in meinen Storys gezeigt habe. Oder die Platzierung gestern auch. Die Lara wussten die auch schon vorher. I don't know. Also wie gesagt, vielleicht da mal Praktikanten wechseln, falls ihr das schon vorher immer wisst. Dann weiß man nicht, muss man die überhaupt noch anrufen oder nicht. Das muss man einfach aufpassen. Weißt du, weil Leute investieren da Geld und rufen ihre Lieblinge an. Und wenn das dann so verfälscht wird durch sowas, dass ihr das schon vorher wisst, dann hinterfragt man sich. Und das wäre so Geld aus den Taschen ziehen. Das finde ich nicht ganz so cool. Aber ja, letztendlich müssen das die Leute, die das produzieren und sowas selbst wissen. Ich wollte es einfach nur mal einfach gezeigt haben, weil ich das selbst irgendwie komisch fand. Naja, Big Promi Brothers vorbei. Das ist eins meiner Lieblings-Reality-TV-Formate. Da gucke ich wirklich sehr gerne, weil ich mich auch gerne mit Psychologie befasse, wie die Menschen so ticken. Wann verlieren sie ihre Masken und so. Wie passiert das? Das ist wirklich das Coole. Das ist auch das Oldschool-Ding. So hat Reality angefangen, Alter. Ansonsten ist es jetzt schon fast, keine Ahnung, es ist nachts. Es ist angenehm. Ich laufe wie im Pulli. Ich wollte ein bisschen joggen gehen. Ich fange jetzt wieder mit Sport an. Ich konnte ja wegen meiner... Ich wollte gerade schlafen gehen. So, da bin ich wieder. Also erstmal, um das klarzustellen, zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, Dienstagmorgen um 8.35 Uhr, haben sich weder Endemol noch Sat.1 noch Promiwood zu diesen Vorwürfen geäußert. Alles, was ich jetzt sage, ist deswegen nicht speziell auf diesen Fall bezogen, sondern ganz allgemein. Und das sind, wie gesagt, nur meine Spekulationen. Nichts davon ist offiziell bestätigt. Und es ist alles ohne Gewehr. Vorhin habe ich bereits gesagt, dass es wichtig ist, zu verstehen und zu wissen, wie Zeitungen generell mit solchen Themen umgehen und arbeiten. Aber erst einmal wollte ich auf einen anderen Punkt eingehen, und zwar der Punkt Notar. Soweit ich weiß, ist es bei Shows, wo Zuschauer anrufen und Zuschauer Geld dafür ausgeben müssen, um für jemanden zu voten, so dass ein Notar anwesend ist. Nicht nur bei PromiBB, sondern auch zum Beispiel bei Shows wie DSDS. In anderen Shows ist das allerdings nicht so. Und ich persönlich glaube auch, dass in anderen Shows so ein bisschen gefudelt wird, wie zum Beispiel bei Germany's Next Topmodel, was mir dieses Jahr ganz besonders aufgefallen ist, dass meiner Meinung nach im Finale, beziehungsweise vor dem Finale, die Reihenfolge sehr wahrscheinlich schon feststand. Denn es war eben so, dass im Finale, falls ihr das nicht gesehen habt, die Gewinnerin sehr, sehr oft Fehler gemacht hat. Zum Beispiel sehr, sehr oft gestolpert ist oder in ihre, nicht Gegnerin, in ihre Konkurrentinnen reingelaufen ist. Oder bei einer Gruppenchoreografie war sie die Einzige, die die Choreo vergessen hat. Und solche Fehler haben sich wirklich sehr, sehr auffällig gehäuft im Finale. Nichtsdestotrotz hat Vivian, also die Person, die diese ganzen Fehler im Finale gemacht hat, die ganze Show gewonnen. Wobei man auch nicht sagen kann, gut, vielleicht war sie jetzt im Finale die schlechteste, aber dafür in der ganzen Staffel die beste. Es wurde schon lange darüber spekuliert, ob sie eventuell auch ein bisschen durchgetragen wird. Wobei sie jetzt auch nicht total schlecht war oder so. Weil Germany's Next Topmodel eventuell aus Diversity-Gründen endlich mal ein Curvy-Model als Gewinnerin haben wollte. Aber wie gesagt, auch das ist nur meine Spekulation. Da wurde ich sehr, sehr skeptisch, eben weil im Finale diese ganzen Fehler passiert sind und sie trotzdem gewonnen hat. Und dort ist es eben so, dass nicht die Zuschauer für die Gewinnerin abstimmen, wie bei PromiBB oder DSDS, sondern dass das eben von Heidi Klum und ihrem Team ihrer Produktion entschieden wird. Ähnliche Vermutungen hatte ich ja auch bei AITO, falls ihr euch das angeschaut habt. Da bin ich mittlerweile auch davon überzeugt, dass im Laufe der Staffel oder einer jeweiligen Staffel die Matches wahrscheinlich noch so ein bisschen gedreht werden, damit die Staffel nicht zu früh endet und dass man im Endeffekt auf seine 20 Folgen kommt. Aber auch hier nur Spekulation ohne Gewehr. Ja, und falls ihr euch wundert, warum ich so komisch rede, einfach um dieses Video rechtlich sicher zu machen. Deswegen muss ich immer darauf achten, dass ich mich wirklich vorsichtig ausdrücke. Nun ist es aber so, dass bei Shows wie DSDS oder PromiBB eben die Zuschauer anrufen und es dort deutlich schwieriger wird, zu bescheißen, vor allem, wenn dann auch noch ein Notar anwesend ist und guckt, dass alles mit rechten Dingen abläuft, denn sonst wäre es schlicht und ergreifend einfach Betrug, wenn das rauskommen würde, dass da irgendwie was dran gedreht wird. Natürlich kann die Produktion versuchen, die Zuschauer zu manipulieren, wenn sie das möchte, indem sie selbst entscheidet, was sie in der Tageszusammenfassung zeigt. Und da habe ich auch jetzt nicht speziell auf Jeles bezogen, sondern generell des Öfteren gelesen, dass viele Leute, die sich den Livestream 24 Stunden oft angeguckt haben, dann ein bisschen überrascht waren von der Tageszusammenfassung, die dann ja von der Produktion zusammengeschnitten wird, weil gesagt wurde, viele wichtige Stellen wurden weggelassen und man hat die Vermutung in weiten Teilen, dass der ein oder andere Kandidat ins Bessere oder in ein gutes Licht gerückt werden sollte. Und auf diese Weise kann natürlich die Produktion versuchen, die Zuschauer ein bisschen zu lenken. Neben dem Notar ist der zweite Punkt, den ich auch eigentlich noch wichtig finde, die Reihenfolge, die man vorab schon relativ gut erahnen konnte. Ich habe ja gestern gesagt und auch auf Instagram gepostet, wie so meine Einschätzung ist, wie die Konstellation sein wird und meine Reihenfolge ist ja fast so eingetroffen, also nicht komplett. Ich hätte damit gerechnet, dass Marco gewinnt und wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe, waren irgendwie die Anrufe dann bei 51% und 49% oder so, also sehr, sehr knapp. Aber ich hatte ja auch Marco und Jeles ganz oben, dann Peter auf 3, Paulina auf 4 und Matthias auf 5. Es gibt Shows, wo man das, finde ich, nicht so gut einschätzen kann, wie jetzt wirklich das Publikum auf die Leute reagiert, aber hier in dieser Staffel Promi-BB fand ich es schon relativ leicht, die Platzierungen so vorzuahnen und auf anderen Seiten, die auch ihre Spekulationen und ihren Tipp gepostet haben, habe ich auch gesehen, dass die allermeisten entweder genau den Tipp hatten, den ich auch hatte, oder einen sehr, sehr ähnlichen. Das heißt, für Promi-Wood war es sowieso schon ein bisschen einfacher zu erahnen oder davon auszugehen, wer wahrscheinlich wo landet, auch wenn man sich natürlich als Newsportal nicht darauf verlassen kann. Und damit kommen wir zu dem Punkt, wie arbeiten Zeitungen? Nochmal, um das zu betonen, ich weiß nicht, wie Promi-Wood ganz im Speziellen arbeitet, aber bei sehr, sehr vielen Zeitungen ist es eben so, dass solche Artikel im Vorfeld vorbereitet werden und zwar für alle Eventualitäten. Das heißt, wenn jetzt im Fernsehen verkündet wird, dass beispielsweise Matthias Mangiapane auf Platz 5 gelandet wird, ist es nicht so, dass sich dann in dem Moment jemand hinsetzt und sagt, so, gut, jetzt schreibe ich den Artikel, so, jetzt schreibe ich, Matthias ist der fünfte und bla bla und suche hier das Foto raus mit dieser Zahl 5 und so. Nein, das ist nicht so. Das wird vorab schon vorbereitet, damit man im besten Falle, wenn es richtig laufen sollte, zum Zeitpunkt der Verkündung sofort den jeweiligen Artikel posten kann. Und das ist hier das Problem, das ist hier ganz eindeutig falsch gelaufen, dass die Artikel zu einem komplett falschen Zeitpunkt gepostet wurden. Ich persönlich glaube aber nicht, weil Promiwood das schon vorab wusste, sondern weil sie schon eine Ahnung hatten, wer auf welchem Platz landet, dass Matthias zum Beispiel auf der 5 landet und sie deswegen diesen und andere schon in der Line hatten, um nur noch drauf zu klicken und damit der Artikel online geht. Und bevor ihr jetzt zu Recht sagt, ja gut, aber auch wenn man das erahnen konnte, ist es doch ein sehr großer Zufall, dass sie wirklich alle immer richtig gepostet haben. Ja und nein, denn sie haben nicht immer alle richtig gepostet. Was Danny Liedtke da gezeigt hat mit Paulina und mit Papa Peter auf dem dritten Platz, liebe Grüße an Piepsel im Podcast, das stimmt natürlich und deswegen kann man diese Annahme haben, aber ich zeige euch gleich auch, dass nicht alle Posts von Promiwood richtig waren. Und das stützt quasi meine Theorie. Bei Zeitungen und Medienhäusern ist es auch nicht nur so, dass solche Artikel für alle Eventualitäten bereits vorab vorbereitet werden, sondern teilweise sogar ganze Nachrufe. Zum Beispiel, wenn man sich denkt, die und die Person könnte relativ bald versterben, sie ist vielleicht schon alt oder sie ist krank oder was auch immer, dann ist es in ganz, ganz vielen Fällen so, dass bereits ein Nachruf vorbereitet wird, um den im Fall der Fälle nur noch kurz anpassen zu müssen, nur noch zum Beispiel die Todesursache oder so abzuändern, einzufügen und um dann eben als erstes so einen Artikel posten zu können. Deswegen wird bei Newsportalen ganz, ganz viel im Vorfeld bereits vorbereitet und das hört auch gar nicht nur bei Zeitungsartikeln auf. Ich weiß auch, dass zum Beispiel, dass es Medienhäuser und Verlage gibt, wo sogar ganze Bücher schon vorbereitet werden. Das heißt, wenn jetzt irgendwie eine besonders relevante, besonders bekannte Person stirbt, dann haben einige Medienhäuser bereits vorbereitete Bücher über das Leben dieser Person in der Pipeline, um dann nur noch irgendwie die letzten zwei, drei Artikel schreiben, äh, zwei, drei Kapitel schreiben zu müssen und das Buch dann super schnell veröffentlichen zu können. Und bevor ich euch gleich zeige, dass Promiwood auch durchaus einen falschen Artikel gepostet hat, wollte ich euch an dieser Stelle ein ganz kurzes Interview, das geht wirklich nur eine Minute, mit einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler, Denzel Washington zeigen, denn er wurde einmal dazu interviewt, was er über, ähm, Zeitungen und deren Arbeitsweise denkt. Das, was ihr gleich sehen werdet, ist natürlich nicht eins zu eins auf unseren Promi-BB-Fall hier zu übertragen. Warum? Weil sich natürlich ganz objektiv sofort ein paar Minuten später nachprüfen lässt, dass diese Artikel eben entweder richtig oder falsch waren ähm, und das jetzt keine Spekulation beinhaltet, weil wenn man TV geguckt hat, dann weiß man, wer jetzt gewonnen hat und wer auf welchen Platz gelandet ist, deswegen ist das natürlich nicht eins zu eins übertragbar, aber es zeigt sehr, sehr gut, finde ich, ähm, generell, wie, äh, wie, äh, Zeitungen arbeiten und worauf in der heutigen Zeit Wert gelegt wird, und zwar darauf, immer der Erste zu sein. Warum? Um immer die meisten Klicks einzuheimsen, um dafür zu sorgen, dass man, ähm, ganz vorne mit dabei ist und im besten Falle der allererste ist, der über ein spezielles Ereignis berichtet. So, was machst du? Es gab viele Fragen über diese falschen News. Du warst das Thema. Das ist , Gut, und an dieser Stelle kommen wir jetzt zu der Falschberichterstattung von Promiewood, denn unter dem allerersten Artikel, den ich euch ganz am Anfang dieses Videos gezeigt habe, sind natürlich sehr, sehr viele Kommentare geschrieben worden, und zwar unter anderem ein Kommentar von Trash Couch Catato, und da sende ich auch wieder ganz, ganz liebe Grüße raus, die geschrieben hat, gibt es für euch eigentlich Vertragsstrafen wegen Vorherdroppen? So, und dann haben einige Follower darauf geantwortet, zum Beispiel hat Denise geschrieben, diesmal war es zeitlich mit TV, Anna hat geschrieben, vorher war es ein Bild von Marco, hab einen Screenshot, Nina hat geschrieben, nee, Marco wurde als Gewinner gepostet und sofort wieder gelöscht, als gesagt wurde, dass der Notar auswertet, Vanessa hat geschrieben, vorher das gleiche Bild mit Marco, wurde dann sofort gelöscht. Also, ich habe auch gleich einen Beweis, aber hieran sieht man, dass Promiewood sehr wahrscheinlich nicht wusste, im Vorfeld, wer gewinnen wird, beziehungsweise wer auf welchen Platz landet, sondern das stützt eher meine Theorie, dass sie eben alle Artikel für alle Eventualitäten vorbereitet haben, und das auch ein bisschen erahnt haben, und dass hier irgendwer komplett verkackt hat, und dieser Artikel teilweise falsch gepostet hat und auch zum falschen Zeitpunkt einfach. Deswegen tippe ich persönlich hier sehr, sehr stark einfach auf menschliches Versagen und finde, dass Promiewood in diesem Fall wirklich sehr, sehr dilettantisch gearbeitet hat. Eine Person, die dort ebenfalls kommentierte und schrieb, dass sie einen Screenshot davon gemacht hat und in ihre Story packte, ist Jasmin. Jasmin04111999. Liebe Grüße gehen raus. So, ich habe in ihrer Story geguckt, und hier hat sie tatsächlich diesen Artikel von Promiewood. Beiträge, Winner, Marco Strecker gewinnt Promi Big Brother 2023, er kam mit einer Wildcard, bla bla bla. So, das hat sie sofort gescreenshottet, vor neun Sekunden sieht man hier, also sie war wirklich super schnell, und dieser Artikel oder dieser Post wurde dann auch super schnell wieder gelöscht, als man gemerkt hat, ah nee, der hat ja gar nicht gewonnen. Aber das zeigt eben, dass meine Theorie, glaube ich, zumindest stimmt, dass eben diese ganzen Artikel im Vorfeld bereits vorbereitet wurden, wie bei ganz vielen anderen Newsportalen auch, und aber einfach aufgrund von dilettantischem Arbeiten komplett falsch gepostet wurden auf dieser Insta-Seite. Also ich glaube hier nicht an eine Verschwörung, sondern, wie vorhin schon gesagt, an menschliches Versagen. So, auch jetzt würde mich natürlich eure Meinung interessieren. Ich habe jetzt wieder viel geredet und euch meine Meinung und meine Spekulationen dazu dargelegt. Schreibt doch sehr gerne in die Kommentare, was ihr von der ganzen Sache haltet. Würde mich sehr interessieren und ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mua! Tschüss. Tschüss.